Liebe Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, mit dem Auto auf dem Töff, Roller, E-Bike, Velo, Kickboard, Rollator, auf Inlineskates oder zu Fuss. Die Limetalbahn ist unterwegs. Für eure Sicherheit beachtet bitte folgendes. Erstens, Merkt euch das gut. Zweitens, Schreibt euch das hinter die Ohren. Drittens, und das ist jetzt besonders wichtig, gut zuhören. Die Limetalbahn. Danke.